Im Programm. Wohin? Wohin? Äh... Waffenhändler vielleicht was Neues freigeschaltet. Wer weiß. Kann sein. Na toll. S-Quant auch schon. Weit ist er nicht weg. Auch ein bisschen schneller. Ja, bergab geht's immer. Wenn der Motor kaputt ist. Der Kauf ist halt das Problem. Ich krieche durch den Dschungel. Naja, 80 kmh. Ich glaub das sind kmh oder... Ne, mph ist hier keine Anzeige. Eher kmh nach der Skala. Haha. Spritzen. Und was Neues oder nicht? Noch nichts Neues? Schade. Kampftruck wäre natürlich was hier. Reparaturverbesserung. Das heißt, ich weiß nicht, dass er länger hält. Das ist ja bloß Geschiss. Müll. Leichter Angriffsgurt. Grenadiergurt. Ne, warte ich noch. Wenn es nichts gibt. Nix tolles. Ich muss ja nicht unbedingt was ausgeben. Ähm, auch reparieren hier. Dann können wir weiterfahren. Äh, wohin? Als nächstes. In die Hauptstadt. Dazu fahr ich zur Busstation. In echt wär's ja eigentlich unlogisch, weil... wir dann nochmal da hinfahren müssen. Also zur Hauptstadt wäre es dann viel länger. Aber hier ist es ja natürlich anders. Da sind wir so viel schneller dran. Und können durch die Natur fahren. Oh, das hört steil. Ha. Wir haben aber einen intakt Motor, deshalb ist das auch kein Problem. Und schon fast da. Ohne Feinde in der Nähe. Optimal. Hauptstadt. Transport annehmen. Klar will ich dorthin. Wieso auch nicht? Und dann wird das auch nicht. 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 erst mal wieder speichern und das sind sie wieder in der hauptstadt nein ich weiß sie zu wem muss ich jetzt ich kann es mir aussuchen ufl l apr oder zu dem medizin typ ich gehe mal zu dem medizin was ist das fahrer ja genau zu dem gehe ich mal ich glaube nämlich unsere tabletten werden allmählich leer weniger ich weiß was sie wollen wir haben gerade keine medikamente reden sie mit einem bekannten von mir eine halbe meile südlich der mokuba barackenstadt ein bestatter es ist auf ihrer karte ist ein guter mann er gibt ihnen die medikamente die sie brauchen aber sie müssen etwas für ihn tun bringen sie in diese reisepapiere dafür werden wir ihnen beide dankbar sein ja ich auch ja leider die miliz die man mal ist kaputt kaputt das ist nicht schön hier oder hier zur abwechslung mal apr mission annehmen ja ja kommen sie her was willst du was hat gerade nichts für sie aber dafür ist mir was nächstes zu holen gekommen die ufll hält angeblich einen ausländer im pier gefangen keine ahnung ob er wichtig ist ich gebe es nur weiter okay also dann müssen wir ach gleich da oben hin gar nicht weit weg rauchen ist ungesund ja genau scheiße du hast eingesehen zwar nicht weit weg das gefällt mir auch mal eine recht nahe mission ich knall gleich erst zwei meter ich meine ich fahre gut dagegen Was muss ich eigentlich machen? Ah, ich verstehe. Oh, hättest du das nicht wieder sagen können. Dass ich hier abgeschlachtet werde. Das hat mein Auto kaputt. Genau. Und sie kommen hierher. Verdammt. Jetzt komm schon, bitte. Heil dich einmal. Bleib leben, scheiß. Ist ja übel hier. Und die ganzen Löcher hier in dem Haus. Hoppala. Das sind die kleinen Nachteile dieser Waffe. Kleine Nachteile. So viele Löcher. Oh, schon wieder gestrottet. Nee, oder? So. Noch einer? Schaut nicht so aus. Aber ich befürchte trotzdem, dass da noch irgendeiner ist. Ich weiß nicht. Irgendwie. Meine ich es doch. Haus. Haha. Und Fenster schweifen, die nicht kaputt gehen. Ah. Da ist wer. Aber wer ist da? Öffnen. Hallo. Knast ist ein Drecksloch. Ich muss hier raus. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Und es ist mir egal. Wir müssen getrennt verschwinden. So sind wir schneller. Es kommen noch mehr Wachen, wie immer. Hey, ich heiße Michelle. Danke. Bitte. Eine neue Freundin haben wir. Und die steht hier dumm rum. Und kann nicht rausgehen. Okay. Wir werden mal abspeichern. Speichern und fortfahren. Hier speichern. Ja. Und gehen nach draußen. Jetzt können wir entweder das unten annehmen oder noch eine weitere Hauptmission. Ich nehme meine Hauptmission eine weitere an. Dazu auch mal hier reparieren. Und vielleicht auch gucken, ob hier ein Diamant ist. Habe ich nämlich vergessen. Okay.